Warum ist Level Up ab Deutschland? Ist einfach so. Ach, was laber ich eigentlich für die Scheiße, Alter? So, 3-4-3 flach. Warum ist Level Up ab 18? Es ist eben Deutschland, Bruder. Ist noch alles drin, ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Jetzt ist noch ein Messi. Wow. Da muss man halt auch linke können, ne? Das ist... Ja, immerhin, aber immerhin. Ich kriege aber ein Best. Hat mies jetzt schon 2-8-Jahr mitnehmen zu müssen, ne? Ja, aber es ist ja nichts da. Adam, Adam auf Ehre. Junge. Wir machen Adam auf Ehre. Adam Sandler, Alter. Pst. Ist egal, es bringt nichts. Vor 3 Minuten von der Schule hypen und gleich streamen. Ehre. Und danach Hausaufgaben machen, Bruder. Boah. Jetzt krieg ich schon mal das Urschloch gepudert, Herr, ne? Boah. Oh, da weiß ich nicht, das muss ich clever überlegen. Eh, der Militao bringt mir halt da gar nichts. Philippe bringt mir da auch nichts. Ich muss eigentlich den Pickeldickel mitnehmen. Pickeldickel mit. Puffe da aus. Was ist los? Kommst du schwitzt, oder was? Ja, schon so ein bisschen. Dein Mitte ist halt komplett lost, ne? Heute Abi-Ergebnisse bekommen. Unbestanden, Florian Hahn. Timo, du musst los. Ja, wird. Danach musst du jetzt wirklich packen, ne? Ich hab noch einen Kopf gebaut. Ich muss meinen Köffer da noch packen. Aber vorher geht's richtig noch einen Kopf gebaut, oder? Ist alles fertig. Kann aber andere nur Nein machen. Das wär geil, das wär geil. Digga, es bringt mir nix. Ich krieg nur Verteidiger. Ich krieg nur Verteidiger. Was ist das denn? Das wird nix. Der Flug geht irgendwann um 21.40, 55, irgendwie sowas. Es geht nach Dubai. Oh, oh. Ole Papa, wenn dein Zoppa kommt. Ole Papa! Wenn wir schon bringen, da pusht ich hoch. Er bringt mir da gar nix. Für der Piero. Ja, aber ich muss, ja, ja. Das ist so, wir können schon was bringen. Ja, aber. Bringt nix an, Bruder. Timo, in Dubai ist der Shisha-Tabak viel billiger und besser. Bringt von da was mit. Oder ich hab bis jetzt immer was mitgebracht. Stimmt, ne? Ich hab jetzt immer von Dubai einen Tabak mitgebracht. Aber erst mal noch sechs Stunden fliegen, Mann. Das ist auch, ja. Digga, die mögen mich einfach nicht. Die mögen mich. Okay, ich geb dir noch eine Schwarz. Nein, nein. Doch, eine hast du noch. Eine hast du noch. Das ist ein Traurig. Dann nehm ich aber zwei Handschläge mit. Florian, er bringt Brot nach Hause. Ich bring Brot nach Hause, Junge. Das ist einfach Schrott. Ja, einer. Einer noch. Bei Aldi, sonst verpasse ich echt noch meinen Flieger. Mit Gourmets in Dubai, so sieht's aus. Timo First Class, natürlich, Bruder. Der Flug, weißt du, was der Flug kostet? Mit First Class in Dubai? Ja. 21.000 Euro. 21.000 Euro. Wer bucht denn den? Ich würde sagen, Monte. Überleg mal, du bezahlst für sechs Stunden Flug 21.000 Euro. Wie ist das berechtigt? Was hast du denn da? Goldenes Pissurinat oder was? Ich glaub schon. Wenn du Business fliegst, kostet's 4.000. Einfach. Wir reden hier Preise von einfach. Nicht hin und zurück. Boah. Sondern 21.000 Euro auf dem Hinflug und 21.000 Euro auf dem Heimflug. Und bei Business ist es dasselbe. Business bezahlst du knapp 10.000 Euro für hin und zurück. Nur Flüge. Ja, warum? Nur Flüge. Die Zuschauer. Was ist dein Emmy-Rates? Heftig Geldgeil. Hey, Digga, komm, ich mach nix. Und er kriegt kein Torrennen. Da wird er im Flug eingelutscht. Okay, dann... Ja, aber selbst an, Bruder. Die 21.000. Ja, Business kostet 4.000. Business kostet 4.700 und paar zerquetschte. Da geht keiner rein, ne? 4.000 und paar zerquetschte, aber das sind dann auch 10.000 für hin und zurück. Ja, aber grad so, ne? Wann fliegst du heute Abend? Also eigentlich schon gleich. Kreis ist Ablette geschluckt. Ich hab immer noch aktuell, dass ich Durchfall krieg im Flieger. Im Flieger Durchfall? Ja. Das ist aber trotzdem Kacke. Wenn alle Schlange stehen, Alter, und du körperst du noch einer raus wie ein Büffel, steck nochmal Kohle auf. Für mich danke, das war sehr lieb. Komm, jetzt muss ich mal was zeigen hier. Ihr helft mir jetzt. Was für eine Aufstellung nehme ich? 4-2-2-2 soll ich nehmen. Okay. Wir nehmen 4-2-2-2. Das wird wieder nix hier. Guck dich die Spieler an. So, wir nehmen mal hier mit. Wir nehmen mal hier mit. Das Cardi, Bale, Bale. Bale, Bale. Okay, wir nehmen Bale mit. Hamdala auf Ehre. Die choken bei mir so rein. Guckt's euch an. Okay, in Sagi wenigstens, aber... Boah, shit! Die Bräune, Team of the Year, und Todd's Ericsson. Aber ich hab jetzt die Bräune mitgenommen. Das bringt nix. Ich nehme halt mit, aber... Boah! Okay. Jetzt wird's ernst, ne? Eigentlich muss ich Alexandro. Nimm Alexandro mit, Freunde, oder? Oh, nein! Ey, Junge, was geht denn da grad ab? Wie nehmt man mit? Helfen wir mal jetzt wirklich. Ach, Ramos. Wie sieht denn die andere Seite aus? Ramos krieg ich halt gar nicht eingebunden. Wie nehmt man mit, Jungs? Chat, ich baue ne Chat. Bestimmt schon rausge... Ah, hat's aufgehängt, oder? Kann sein. Alder, Alder. Ramos. Boah! Das krieg ich halt niemals eingebunden mit Dingen. Ramos. Durch Ramos mitnimm ich riskier's, oder? Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ja, ist doch egal. Ja, eigentlich muss Ramos riskieren. Riskiere Ramos. Er passt zumindest mal dazu, direkt. Noch ein Yashin. Boah! Holy Moly! Macaroni! Jetzt muss was kommen. Jetzt dürfen sie nicht choken. Den hab ich gebraucht. Äh, äh. Den hab ich gebraucht. Äh, äh. Risiko, Bruder. Boah. Zeigt mal euer Studio. Gibt's ein, äh, Video, Digga, auf unserem Kanal. Vom Gaming Side Up. Boah, komm, das darf nicht sein. Ich hätte Osabe mitnehmen müssen, das war ein Fehler. Rating. Mä, wie hast du ja schon... Boah, shit. Lass uns mal so, wir bauen gleich um. Äh, äh. Eigentlich muss ich den mitnehmen, ne? Obwohl. Rating, I'm gonna rating jetzt. Oh, choke doch jetzt nicht. Neein, neein. Aber die krieg ich noch hier rein. Jetzt noch Yashin. Fuck. Trainer regelt. Das ist so schon fast. Schade, die 94 wäre auch schön gewesen. Die wäre krass gewesen. Ja, hol mal Trainer ab. Wenn der liegt. Ja, Kure bringt aber Minus. Bringt uns ja nichts. So, dann bin ich auf 92 auch. Dann kann ich auch so machen und... Kann so machen und... Kann so machen. Bis zum nächsten Mal.